Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 069 Box von Vega. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 069 von Vega, das Ganze am 12. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, das siebte Album von Vega kommt hier in einer Box in lila und schwarz. Wir werden als allererstes mal die Folie aufmachen. Einmal aufschlitzen. Dann kann es auch schon losgehen. So, das ist die Box. Kommt hier im Hochformat. Wir haben hier einmal riesengroß die 069, also Frankfurt am Main. Hier oben lesen wir Vega und dann haben wir hier eine Szenerie in schwarz und weiß. Vega mit seinen Jungs hier auf der Straße hockend und hier werden gerade diverse Getränke in Plastikbechern zubereitet. Auf der Seite haben wir hier einmal die Logos von Universal, Urban und Vega. Hier rechts nochmal der Albumtitel plus Vega Schriftzug. Hier nochmal die Logos und hier wieder das gleiche wie drüben. Auf der Unterseite haben wir wieder den Albumtitel riesengroß. Dann hier wieder die Infos zum Album und die Beteiligten, die Labels, die Logos. Und hier dann auch noch der Boxinhalt. Vega 069, limitierte Fanbox inklusive Alpha Industries Bauchtasche, CD-Album, Sticker Set, Dope & Fordys, T-Shirt Größe M. Ja, es gab diese Box in diversen Größen. Das hier wurde mit einem Sticker hier aufgeklebt, ebenso der Barcode. Also die Box dürfte bei allen gleich sein, nur eben der Inhalt der Box ist unterschiedlich, je nachdem welche Größe man gewählt hat. Und deswegen hat man das hier mit Sticker gelöst. Wir machen mal auf. So sieht das aus, von innen schwarz. Und hier geht es direkt los mit den einzelnen Stickern. So, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Stickers, weil ich es sehen kann. Dazu kommen wir dann noch. Dann haben wir Tourdaten, also ein kleiner Flyer. Das Album an sich, dann die Bauchtasche und ein Shirt. So, das sind die Boxinhalte. Die Box ist jetzt leer. Machen wir wieder zu und packen die Box mal zur Seite. So, und dann starten wir auch gleich mit dem Album. Die Box gab es übrigens, glaube ich, exklusiv über den Vega Shop, beziehungsweise über Universal oder Bravado. Ich habe meine in diesem Fall von Quirtl bekommen. Liebe Grüße an die Jungs. Ihr findet die Links natürlich zur Box, aber auch zu den einzelnen Anbietern in der Videobeschreibung, eh wie immer. Vielen Dank an Quirtl. So, das ist das Album. Kommt in einem regulären Toolcase. Das Spannende ist, dass das Cover hier so seitlich gedreht wurde. Also so kennen wir es ja von der Box. Aber hier auf dem Toolcase hat man es hier einmal nach links gedreht. Hier lesen wir wieder 069 und hier oben Vega. Auf der Seite auch nochmal. Und auf der Rückseite, ebenso im Hochformat, also hier wieder das Cover, haben wir dann die Tracklist. Insgesamt 14 Stück Features sind mit dabei von Samra, Haftbefehl, Casper, Montes, Face, Olsen, Neo und Bosca. Also die meisten ja hier so aus dem Vega Umfeld. Samra, sehr überraschend für mich. Haftbefehl Frankfurt, okay. Gab es ja auch schon Videoauskopplungen. Dann haben wir hier den Barcode und nochmal die Infos. Und dann schauen wir rein. So, als erstes kommen wir wie immer zum Booklet. Das hier scheinbar ein Poster-Booklet ist oder hier irgendwie ganz speziell. Moment. So, was ist hier los? Ah ja, doch. Also das Booklet lässt sich tatsächlich hier so komplett auffalten. So, was haben wir hier? Einmal Vega. Dann, man baut am höchsten in den Himmel, wo man gut am meisten braucht. Wo man Gott. Ja. Man baut am höchsten in den Himmel, wo man Gott am meisten braucht. So. Dann haben wir hier Infos zum Album, also die ersten Credits. Hier geht es dann weiter. Und auf der Rückseite nochmal detailliert. Einmal eine Widmung für jemanden, der verstorben ist. There are things that they cannot touch. Ruhe und Frieden. Rundschau. Und hier geht es dann los mit den Credits zu den einzelnen Tracks. Wer war hier beteiligt? Wer hat hier mitgewirkt? Ja, all das kann man hier nachlesen. Wunderbar. So, wir packen das Ganze wieder zurück. Und hier haben wir dann die CD. So sieht die aus. Reguläres Toolcase, wie gesagt. So, als nächstes haben wir dann den Tourflyer. Die Tour 2022. Voraussichtlich, wenn diese ganzen Corona-Maßnahmen und sowas nicht mehr so streng sind. Dann kann man hier scheinbar auf 2022 hoffen. März und April die Tourdates. Kommt auch nach Wien. Wunderbar. Dann die Sticker. 1, 2, 3, 4. Also einmal dieser hier. FVN für immer, Baby. Also Freunde von niemand. Dann einmal hier. Vega 069. Und Moselstraße. Also eine bekannte Adresse in Frankfurt. Und dann haben wir hier noch einen quadratischen Sticker mit diesem Logo, mit diesem V und der 069. Also vier Sticker. Drei davon im Querformat. Einer quadratisch. Alle hier in dieser schwarz-lila Optik. Generell das ganze Artwork hier in diesen Farben. Als nächstes haben wir die Bauchtasche. die ja eine Kooperation darstellt. Und zwar haben wir hier. Hier sieht man es. Eine Kooperation mit der Marke Alpha. Also Alpha Industries Bauchtasche. So, wir haben hier noch so einen kleinen Faden. Weg damit. Gut. Das ist sie. Kommt hier in schwarz. Hier auf der Vorderseite haben wir hier so einen Aufnäher. Was lesen wir? Alpha Industries Vega Knoxville, Tennessee, Frankfurt, Hessen, February 2021. Okay. Dann einen Anhänger hier vom Reißverschluss. Freunde von jemand, EVN für immer Baby in weiß und violett bedruckt. Rückseite Alpha X Vega. Dann hier auch nochmal Alpha Industries. Oder ansonsten haben wir hier einfach den schwarzen Gurt mit der schwarzen Schließe. Kann man sich dann zumachen und natürlich auch Größen verstellen. Hier, je nachdem wie groß oder wie weit man das haben möchte. Tasche Nummer 1 ist eine etwas kleinere hier vorne. Und die eigentliche Tasche ist dann hier diese hier. Auch hier innen nochmal schön gestaltet. Jawohl. Hier dann nochmal zwei einzelne Fächer. Also hier kann man eine ganze Menge verstauen. Und die Tasche dann je nachdem. Um den Bauch, um die Hüfte, um die Schulter tragen. Wie auch immer man das möchte. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann auch mit dabei ein Shirt. Das ist dieses hier. So, das Shirt natürlich auch wieder in schwarz. Und hier haben wir dann ein etwas anderes Farbschema. Und zwar ist das hier so ein, ja was ist das? So ein grau-lila oder fast schon ein bisschen rötlich. FVN Clique. Also auf jeden Fall nicht die Farbe, die wir jetzt die ganze Zeit im Artwork hatten. Und auf der Rückseite ist dann ein großer Backprint. Und zwar haben wir hier passend zu der Videoauskopplung Dope und Fordys hier das Ganze nochmal visualisiert. Dope und Fordys. Darunter eben der Schriftzug. Dann hier noch der Kranz links und rechts. Und bei diesem Shirt haben wir es zu tun mit einem. Souls Imperial. Wie gesagt, Größe M habe ich gewählt. Konnte man sich frei aussuchen. 100% Baumwolle. Das ist schwer zu lesen. Fokus ist gerade ein bisschen. So, jetzt. 100% Baumwolle. Und das Ganze ist, wo haben wir es? Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Dieses Shirt. Also wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit diesem FVN Clique Schriftzug hier auf der linken Brust. Und in Kombination mit der Tasche sieht das dann so aus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M. Wie gesagt, Größe frei wählbar. Dann haben wir die Bauchtasche. In Kooperation mit Alpha Industries. Die Sticker. Vier Stück davon. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Der Tourflyer ist noch mit dabei. Und natürlich das Album an sich 069 im regulären Joule Case. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box 069 von Vega. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Vega unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.